So Astrofans, letztes Saisonspiel, wir reißen unser Mund zum Heute ab, auf geht's, wir sind in der Abwehr, die Fans! Und weiter, Pass, Pass! Und wir haben einen Torwart, Mitte 22! Und zwei, drei, auf geht's, wir sind in der Abwehr, die Fans, wir sind in der Abwehr, die Fans! Vorschützer uns mit 33, Sven! 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 Woll! Wauw! Das war's. Das war dann sehr lässig. Das war dann sehr lässig. Der Marsburg Norden 22, Robbe! Robbe! Der Marsburg Norden 22, Robbe! Wir sind Regen! Der Marsburg Norden 23, Robbe! 1, 2, 3, aufwärts, haus, go! 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 1, 2, 3, aufwärts, go! Super Goofax! Und weiter! Außenrohbombol und auf der Sassbuffenz, der singt die Kreuzer. 2, 3, 2, 3, 2, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Zwei Minuten Zeitstrahl, wir geben unsere Gäste, es trifft die 15 gegen den Kasariewicz. Und jetzt sind wir auch mal in Überzahl. Auf geht's, hast du recht. Zwei Minuten Zeitstrahl, wir geben unsere Gäste, wir geben unsere Gäste, wir geben unsere Gäste, wir geben unsere Gäste. Zwei Minuten Zeitstrahl, wir geben unsere Gäste, wir geben unsere Gäste. Zwei Minuten Zeitstrahl, wir geben unsere Gäste, wir geben unsere Gäste, wir geben unsere Gäste. Zwei Minuten Zeitstrahl, wir geben unsere Gäste.